Hallo, wir sehen uns mit der 15. Folge von Hayblade, Senua's Sacrifice. Ja, ich würde meinen, wir legen direkt los. Wow, willst du mich verarschen? So, das ist jetzt etwas, was öfter geschehen wird, dass sie... Ja, das ist ein Problem. Okay, ähm, es wird jetzt öfter geschehen, dass diese Gegner auch etwas, ähm, also, dass sie unbesiegbar sind für einen Augenblick. Solange wir den, also, den Spiegel nicht benutzen und... Müssen wir schneller rennen? Okay. Ähm... Und halt nicht blocken. Das werden wir jetzt ein bisschen öfter nutzen müssen, aber es wird im Endeffekt gehen. Und ja, ich finde, dass es sehr gut dargestellt ist, also, das ist das, was man sich von der Hölle verstehen kann. So, does your precious Gift of Sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? Ja, ja... ihrer Mannschaften... Well, Hebron's brothers, sisters and loved ones. Look what you have done to them... All because you were a coward, because you banned from your curse instead of facing it. When you turn your back on your father Zinbel, you turn your back on the gods and let the darkness speak out upon your people. Warum müssen sie für deine Heresie bezahlen? Okay, dann können wir wirklich nur mit den Spiegel erledigen. Oder am Halt mit starken Angriffen. Oh, es ist es! Es ist es! Es ist es, es ist es! Let's go! Fight again! Spill their blood! End it! End it now! Nearly the end! Okay, ähnlich auch noch. Ach, die hätten wir. Wie gesagt, das wird jetzt erstmal ein bisschen... Wo bist du? Lustiger, bevor es ernst wird. Okay, hier müssen wir langen. Die Schmerz hat ihr Leben genommen und es wird dich nehmen. Es wird dich nehmen. Mama! Ich brauche dich! Hilf mich! Ja, das wird dich nehmen. Ich bin nicht, dass du dich nehmen. Ich bin nicht, dass du dich nehmen. Ich bin nicht, dass du dich nehmen. Ich glaube, es hat einen Zeitpunkt für dich. Sie hat auch die Gäste gebeten, dass die Dunkelheit ihr innen hat. Aber sie hat nicht gebeten. Sie hat uns gebeten, wie sie ihr Leben zu den Gästen gab. Wenn nur du das gleiche getan hast, der Welt hätte diesen Horror gebeten können. Es ist nicht zu früh. Sie kreiert dich auf. Warum nicht ihr sie? Ah, schon wieder so einer. Okay. Komm, jetzt steh auf, Mann! Okay, sie ist... Okay, sie ist... Nein, hier wird niemand dein! Come on! Oh Gott! Okay, ich muss mal ausbrechen. Äh... Nein, komm schon! IchSie! Ich hab da auf ihn geachtet. Ich hab da auf ihn geachtet. Ah shit Oh Gott, ich hätte blocken sollen Komm schon Jetzt mach dein Ding Jetzt mach dein Ding Was ist der Teoretisch da? Ach da Oh shit 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 Ja, quickly get up Das ist wukisch Come on Ah ja Ja, da hab ich zu viel gewollt Ich würde sagen Oh ja, ihn nochmal Okay, das war jetzt so Oh, ich... Ich seh halt nichts Ja, komm Weisch ich überhaupt nicht aus Mein Gott, ey Okay Fokus Fokus Jetzt Tschets, schüt Ich bin Ich bin Ich bin Wie ist es? Wus 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 Ja, mach Okay, komm Okay, ich muss mehr Oh Gott, hier wird's schon wieder zu viel Hallo, kann man bitte Oh Gott, hier wird's schon wieder Oh, komm Das war jetzt ungünstig, oh come on, ich will das jetzt nicht durchhalten Oh Mann Okay Wird langsam kritisch Okay It's nearly over Oh, jetzt sind wir da drei Not done Ich hab Block gedrückt Hello Bis zum nächsten Mal. Okay. Okay, die hatten wir ja schon. So, wir müssen erst mal ihn hier erledigen. Alle anderen sind kein Problem. Was? Okay, ich habe seinen Griff falsch eingestellt. Oh Gott. Oh, nein. Okay. Okay, die Folge würde ich schon längst enden, aber ich würde gerne diesen Kampf hinter mir haben wollen. Das heißt, ich mache länger. Wieder mal. Ist ja nichts Neues. Und los geht's. Okay, ein bisschen. Das ist rechts mehr, aber. Okay, ein bisschen mehr Geduld. Das ist manchmal alles hier ein bisschen professioneller angehen. So, mach dein Ding. Na? Okay, und das Ding. Okay, ich habe es gehört, aber es war zu spät. Komm, kriegen wir hin. Shit. Es ist noch zu schaffen, aber ich habe hier jetzt halt zu viel eingestellt. Komm mal bitte. Okay, ich habe es gehört. Okay, ich habe es gehört. Okay, ich habe es gehört. Also hier ist es... Ich habe es gehört. Komm, 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 komm. Das Problem ist, ich wollte eigentlich den anderen angreifen. Ich habe falsch anvisiert. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo? Okay, jetzt kommt er. Okay. Okay, ich muss immer wieder versuchen zu blocken, auch wenn es nicht immer gut klappt. Okay, und? Okay. Lauf! Okay. Okay. Oh, immer noch eine Röhne. Und wo müssen wir immer noch kämpfen. Da ist einer. Scheine aber Standardgegner zu sein, aber es sollte schnell gehen. Immer noch jemand. Oh, shit. Die beiden können ein bisschen nerven. Lauf! Okay, und rennen. Was denn noch? Du, schon wieder. Lauf, lauf, lauf. Of course. Du, schon wieder. Du, schon wieder. Den haben wir. Oh, ich will diese Kampfstelle hinter mir haben. Auch wenn es super viel Spaß macht. Okay. Dann haben wir. Das war's. Okay. Eher und was weiteres kommt, werde ich jetzt diese Folge. Erstmal. Ich hoffe, es war's. Gut. Das ist aber so die meisten Kampfstellen hinter uns. Darauf zähle ich ja. Ich glaube, ich kommt auch jetzt bei den Stellen, die ein bisschen nervig sein wird. Aber ansonsten wird es uns cool. Ja, ja. Und danach wird es wieder lustig. Glaube ich. Also, ich habe das alles nicht mehr komplett im Kopf. Aber ich war jetzt eine Stelle, weil ich noch ein bisschen zuschlucke. Gut. Ich hoffe, es hat euch mit dieser Überlänge an Folge und mit vielen Kämpfen gefallen. Alldach selber. Bis dann.